Wir dürfen keine Müdigkeit vorschützen. Wir müssen schnell unser Lager aufbauen und die Gegner überrennen. Oh, ihr seid ja schon wieder zurück, Leute. Ja, ich weiß. Blöde Einführung, oder? Ich wollte es aber mal ausprobieren und wissen, wie es so ist. Okay. Wieder zum Wesentlichen. Wir haben jetzt unsere drei Gebäude. Ich freue mich so. Ich glaube, ihr habt es auch im letzten Jahr gemerkt, wie sehr ich mich einfach darauf gefreut habe, dieses Gebäude zu besitzen und einfach noch mehr Einheiten dadurch bauen zu können. Ich habe jetzt einige Einheiten bauen können, die echt geil sind. Zum Beispiel die Kanoniere. Die sind richtig geil. Da verbrauche ich mir jetzt auch gleich zwei. Zwei. Erstmal wieder genügend Heiler. Weil es soll uns ja nie an Heilung fehlen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß, es wird nicht besser, wenn ich jedes Mal mich hier entschuldige, aber... Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich wollte einfach wieder aufnehmen, dass ihr was habt, dass ich was mache. Und ja, das wollte ich halt einfach so erreichen. Schon unterwegs, Meister. Ich eile. Wir werden auch sofort angekündigt. Das geht hier relativ schnell, da man ja drei Gegner hat. Das Ganze natürlich nicht kompliziert. Da ich auch noch keinen Heiler habe. Ja gut, dadurch kriegt man auch schneller Punkte. Ich gehörte dir, mein Fürst. Ich kann schneller die Gegner angreifen. Ich kann nicht nur die Reingeweide überall. Okay, Mario, du schweißt schon wieder ein Gebiet ab. Ja. Töten. Für die Schlange. Nein, ich bin natürlich nicht sein Mensch. Natürlich, Herr. Ja, Fürst. Schlange. Ja, Fürst. Ich bin auch nur ein normaler Mensch. Ich will das mal... Warten. Ich will das mal... Warten. Warten ist immer super. Und wieder husten. Husten und warten. Warten und husten. Lass mal jetzt schutzvorsorgemäßig hier einen Turm in den Sitz. Schlange. So. Das läuft natürlich bis jetzt alles noch ganz fein. Jetzt wird wahrscheinlich auch gleich der Drach... Äh, der Drachsorge-Schwömer. Oder die Schlange. In Ordnung. Ja. Was es mir nicht einfach machen wird. Schon unterwegs, Meister. Ja. Schöner mehr aufzubauen und euch zu vernichten. So, was habe ich verloren? Wir haben kein Wasser mehr. Meine W... Ich eile. Schlange. Neue Wasser, Leute. Super. Super. So. Wir haben hier ganz begeistert die Sachen ein. So lobe ich mir das. Wassermann. Holen. Wasser. Ja. So muss es sein. Oh, Mann. Dieser Part ist auch gespeckt mit Hustern. Schon unterwegs, Meister. Ich eile. Das tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Okay. Äh, wir haben hier unsere kleine Armee. Mit dem können wir noch nicht viel machen. Aber ich werde jetzt schon mal ein bisschen sagen. Du bleibst. Du bleibst. Nicht? Du bleibst. Und du bleibst. Ihr bleibt. Hier. Wir sind zwei. Und die Heilerin bleibt bei Kenji. So. Für euch mein Firmst. Wie ihr befehlt. Selbstverständlich. Du bist eins. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs, Meister. Du bist eins. Nein, nein, nein. Nein, nein. Du baust mir erst mal. Ja, den Dorfklar. Den habe ich in der letzten Folge gar nicht. In der letzten Mission. Gar nicht gezeigt. Oh, schlecht. Schande über mich. Aber dafür brauchen wir ihn jetzt. Hier. Ja. So, der Dorfwölf wird jetzt gebaut. Das dauert längere Zeit, weil er richtig groß ist. Und huuuh. Unser erstes Ausflussfunk. Das ist unser Tor, mein Lieber. Die Wolfer kommen auch von der gleichen Seite. Die Schweinehunde. Wie können die jetzt wagen, meine Reiche zu betreten? Was es gerade jetzt an Shenji ist? Äh, Kenji sag ich schon. Genau. Sch. Shenji. Äh, Kenji hat eine Pistole. Die hat er wohl von seinen E-Freunden, den musketieren. Erkennen sie auch. So kann ich das wohl nicht erklären. Das wäre zumindest logisch. So. Ich habe erstmal zwei Punkte. Jetzt überlege ich, setze ich sie gleich in die Heiler. Oder setze ich sie erst in... Genau. Und die Kanoniere können weiterschießen. Es wäre zum Schutzen meines Lagers. Um einiges besser als... ...die Kanoniere. Ja. ...zu verbessern. Der Tod ist launlos. Angriff! Ja, Meister. Na, meine Schlange. Für die Schlange. Ja, Meister. Für euch, mein Fürst. Schick! Ich verliere meine Heiler. Vielleicht, wenn ich manchmal in solchen Situationen... ...äh, nachdenken muss. Angriff! Warum kommen die einzeln? Oh, wie ich das gut finde, wenn am Anfang meine Heiliger sterben müssen. Weil ich keine Nahkämpfer habe. So, muss mal Nahkämpfer bauen. Und warum greift ihr schon wieder nicht an? Äh, Einzler, ihr seid so dumm. Einer nur. Aber ich finde ich, wenn ich das vernichte, wenn ihr dem Leben entsteht. Hey, warum seid ihr eigentlich hier? Warum zählt ihr mit der Waffe auf mich? Warum schlagt ihr mich? Au, wieso sterb ich? Wie ihr befehlt. Das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Nur gut. Hoffen wir mal, dass sie uns weiter so schnell angreifen. Und dass ich jetzt bald schnell hier ausbauen kann. Weil ich kann es mir nicht leisten, lange zu warten, dass die sich ausbauen können. Deswegen erstmal hier schön überall verteilt die Tower setzen. In der Hoffnung, dass sie uns nicht angreifen können. So. Ja, mein Fürst. Ich weiß natürlich, wo der Lotus und der Wolf sind. Hoffe ich. Natürlich. Also ich habe vage Vermutungen, sagen wir es so. Wo sie sein müssten. Aber das regelt sich schon. Das regelt sich schon. So. Wir haben... Die Reisleute trifft immer mehr ab. Wieso holt ihr keinen Reis von da vorne, wenn ihr schon nachgewachsen seid? Ihr Vollidioten. Nun gut. Das läuft doch. Das läuft. Ich hoffe, ich schaffte die Mission jetzt auch gleich beim ersten Anschlag. Wenn nicht, muss ich mir was überlegen. Wie ich sage, nun gut, ich mache es bis kurz vor Ende. Aber das wäre auch blöd. Und wir wollten natürlich alles sehen. Hoffe ich zumindest. Wir wollen bloß den Sieg sehen und das war's. Dann kann ich euch gleich nur gewonnen, 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 gewonnen zeigen. Und es wäre ja auch wieder langweilig. Ich habe meinen Wassermann schon wieder verloren. Wir verliegen dauernd. Zwei ist hier. Ich glaube, das passt soweit mit den Kriegern. Wollte ich sagen, heiler. Aber habe ich ja. Deswegen. So. Jetzt schauen wir mal, dass ich noch die Türme besetze. Ich eile. Und mich dann erst auf die Große Armee. Und ich möchte euch mal den mächtigsten Einheit zeigen. Ja, die dauert natürlich jetzt eine Weile. Das sind die Ronen. Was ich geschichtlich weiß über die Ronen, sind eigentlich Samurai, die ihren Fürsten verloren haben und mich für Boku begangen haben. Irgendwie so. Wie ihr wünscht. Äh. Und ja. Irgendwie sowas ist das. Ziel erfasst. Ist natürlich dann eigentlich entehrt und alles. Bin schon unterwegs. Leute, ihr bleibt da. Für die Schlange. Ich weiß nicht, dass ihr drauf geht. Mensch. Hört mir doch mal zu, wenn ich mit euch rede. Warum haben wir ein Ding jetzt da? Hier. Da fliegt die Kugel. Und oh, sie war schon. Für die Schlange. Was auch ganz gut ist, was man mit den Fernkörper machen kann. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt schon können mit dem Dings oder mit dem anderen erst lernen. Sein Zielfernrohr. Und wir können sie weiterschießen. Den kann man leider nur am Boden verwenden. Nicht auf den Tauern. Äh. Zielfernrohr. Äh. Sie können sich nicht mehr bewegen, aber zielen ewig weit und schießen die Leute einfach ab. Denn die sind echt mächtig. Und oh, da ist auch schon fertig. Der Ronin. Sie tragen zwei Schwerter. Und sind relativ gut. Ich mag sie jetzt weniger, aber... Nun gut. Sei jedem selbst überlassen. So. Sie rennt gleich wieder weg. Aber das ist dann ihr Problem. Nicht meins. Äh. Nicht meins. Schon unterwegs, Meister. Und haben wir keinen... Ich hätte doch einen dritten. Mit Vergnügen. Manchmal ist das echt anstrengend hier. Ja. Für die Schlange. Ich weiß, was was ist. Ich weiß mal noch einen Heide bauen. Ja, Meister. Da kommt wieder einer. Diese Maze hat einen Haufen Schaden. Wie ihr wünscht. Deswegen gehen wir noch mal auf den Sack. So. Wie ihr befehlt. Selbstverständlich. Äh, ich überlege gerade... Ne, die haben hier noch nicht groß genug. Scheiße. 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 So. Sagt man nicht. Sollte man auch nicht sagen. Aber ich hab's gesagt. In Ordnung. Ja. So. Bin schon unterwegs. Ich kann wieder... Ich kann mal zwei Heiler da lassen. Einfach nur zum Schutz. Wie ihr befehlt. Bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Und ja, langsam neigt sich auch meine Einheitenzahl dem Ende zu. Weil ich kann nur 30 insgesamt haben. Das heißt, entweder ich warte jetzt und lasse die Gegner aufbauen. Wäre aber ein Fehler. Oder ich greife an und versuche sie aufzuhalten. Dass sie noch weiter ausbauen können. Und ich werde mich erstmal auf den Lotus spezialisieren. Weil der Lotus ist, finde ich, ein viel größeres Problem. Aber ich wollte einen der anderen Einheiten zeigen, die wir jetzt machen können. Die Räuber. Man hat sie schon ganz am Anfang gesehen. Denn sie werfen Fackeln, die sie an ihren Laternen, die sie vorne haben, anzünden auf Gebäude. Und dann fangen diese an zu brennen und zu lodern. Ich finde, das sind die coolsten Einheiten von der Schlange. Nicht vom Schaden her. Und dann sind sie relativ schwach gegen alle möglichen Einheiten. Aber gegen Gebäude sind sie echt der Hammer. Und werden gleich angegriffen. Und diesmal werde ich mit dem Paar von Kenji das schon aufhalten. Und einfach mal mit den Leuten hier losmarschieren gleichzeitig. Ich hoffe, dass die Heilerin... Oh ne, die Heilerin lassen sich da Zeit. Jeder will sich dran ran. Ich will schon mal beim Heiler... äh, beim Rasseträger. Ist echt schade. Schade. So, ich renne erstmal da hoch. Ja, genau. Wenn jetzt auch noch der Kenji stirbt, dann spreche ich. Heil ihn, Heil ihn, Heil ihn. Komm. Ah, fürs Mädchen. Und, ja, ich wusste. Wir haben eine riesige Armee hier oben. So habe ich erstmal einen Trommel versorgt. Super Kenji kommt. Äh, Kenji sage ich jetzt auch schon. Oh, und ich werde auch noch... Oh, Mann, ich sage ja, diese Mission ist echt mal... Ich habe da oben immer noch kein... Das meine ich, wenn man zu unverplant ist und einfach einleitig ist. Für die Schlange. Ich möchte jetzt Schindern unbedingt verlieren. Ich habe schon nur Togo und leider, leider verloren. Aber diesmal, wenn ich... Ja, mein Fürst... Nicht so ungeplant. Ja, mein Fürst... Ja, mein Fürst... Und ja, so haben wir wenigstens keinen Punkt bekommen. Super, den einen da. Den für... Fast nichts ausgeben, was mir jetzt was bringen könnte. Super. Ich bin bereit. Ah. Ja, Fürst... Okay, solche Zustellungen müssen wir natürlich auch mitverzeichnen. Äh, da müssen wir halt doch erstmal aufbauen. Erledigt. Ja. Das meine ich nämlich mit Notus. Das ist relativ wichtig. In Ordnung. Aber wir kriegen... Wir kriegen keine Angst. In Ordnung. In Ordnung. Wir machen mir da selber jetzt immer keine... In Ordnung. ...all zu großen Sorgen. Und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ich werde jetzt einfach mal den Part vorsorgen. Ist besser als nachsorgen. Hohohohoho. Hoho. Hoho. Also dann, bis zum nächsten Part.